Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video auf unserem Kanal. Nachdem wir heute eh wieder in der Fränkischen Schweiz unterwegs waren, haben wir einen kurzen Zwischenstopp in Tüchersfeld gemacht und zeigen euch den kurzen, aber auch kurzweiligen Alpinensteig zum Aussichtsfelsen über der Stadt. Wenn ihr wissen wollt, wie der ist, dann kommt mit. Viel Spaß dabei! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020